Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mario Kart 8. Ich bin gerade dem Revi nachgejoint und ich habe gesehen, es ist auch gerade noch Mastermind da und ich glaube, Selene ist auch noch da. Gucken wir mal, was das so wird. Ich wollte so einen 20-Minuten-Part wieder aufnehmen. Gut, wie ich jetzt gesehen habe in meinen letzten Videos, ich glaube, ist mir das nur einmal geglückt. Da habe ich Punkt 20 Minuten gehabt. Äh, ja. Ne, doch nicht, Selene. Aber war so ein ähnlicher Miha, die Selene. Naja. Aber der Mastermind. Der ja versucht, seine 7000 Punkte zu knacken und ich muss jetzt erstmal zusehen, dass ich meine 7300 behalte. Ich habe auch gesehen, dass Revi überraschend mit Morten diesmal fährt und Mastermind scheint, wieder seine Pichy Pichy zu haben. Ich finde das so süß, wenn er Pichy fährt. Also vor allem... Ja, was war das denn schon wieder? Wenn ich dann so Pichy hinter mir höre, wenn sie irgendwie abgeknallt wird, ist er so süß an. Sorry. Naja. Okay. Und irgendwie... ...fahre ich hier gerade totale Scheiße zusammen. Und ich weiß nicht, woran das gerade liegt. Ich meine, ich bin da oben nicht auf die Rampe gekommen. Ich habe eben das erste Item nicht mitbekommen. Das fängt doch schon mal super an. Okay. Kämpfen wir uns mal ein bisschen vor. Und Revi meint, ja, ich schnappe jetzt mal das Item weg. Damit von Katan schon mal keine Gefahr ausgeht. Wow. Kam einfach mal der Vario an die Ecke. Die Roach. Ja, der Roach. Entschuldige. Okay, wo ist denn Peach? Okay. Revi ist vor mir und Mastermind ist vor mir. Natürlich. Sollte es auch anders sein. Als ob ich mal vor den beiden bin. Naja, solange ich erst mal meine 7300 behalte, soll es mir recht sein. Trotzdem würde es mich freuen, wenn ich mal einen Tick nach vorne komme. Ich habe eben gesehen, punktetechnisch war die... Ich glaube, es ist jetzt im Prinzip so gemischt, sage ich jetzt mal. Revi! Ne, Mastermind. Gott. Bis ich irgendwie auch gerade ein bisschen besoffen gefahren kann. Oh, was soll ich groß reden? Ich will, du meinst, weil der Fall ja auch, dass die anderen denken, dass ich bin besoffen. Okay. Wow! Wow! Ja! Gerade rede ich davon! Oh nein! Oh Gott! Ja, und schon wieder 5. Ich sollte mir die Klappe nicht so aufreißen. Oh Mann, ey. Das kann doch nicht angehen. Aber ehrlich gesagt, im Moment fabriziere ich so ein bisschen selbst die Scheiße. Ich bin ja jetzt nicht wirklich abgeknallt worden. Ich bin halt selbst gerade einfach so schlecht. Okay, finden wir noch irgendwen? Na, ich glaube nicht. Ne. Schade. Und der Morten, der Revi, ist natürlich mal wieder erster. Mastermind hinter mir. Und ich kriege Minus 1. Ja, natürlich. Natürlich. Naja. Mit Minus 1 kann man jetzt leben, ne? Das hatten wir die letzten Folgen schon deutlich schlimmer. Von daher ist das alles noch im Rahmen. So, was nehmen wir denn? Wir nehmen Wario Arena. Und wünschen hier einmal für die Jahre wie Hurra. Wieso Tschüss? 50.000 Dollar ist da. Spam ja alle erst. Ne, ich wollte alles klar machen. Überlegt denn noch irgendwer? Ne, eigentlich nicht. Wenn dieser Raum jetzt crasht, ne? Wenn dieser Raum jetzt crasht. Ich habe irgendwie... Ja, ich bin auch etwas nervös. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, der Raum existiert gleich nicht mehr. Der Raum existiert auch gleich nicht mehr. Ach nein, kommt schon. Ja. Tschüss dann, ne? Okay. Wir drei haben es überlebt. Master meint Revi und ich. Ja gut. Sind wir halt ein bisschen erschlankt hier. Ja, und Mikasa ist noch. Da sehe ich gerade auch aus dem Blanklern. Habe ich es sogar noch nie gesehen. So. Wieder so. Sagt es mich. Ich weiß. Das kommt mittlerweile schon ganz automatisch. Entschuldigung. Es ist zum Kotzen. Genauso wie es zum Kotzen ist, dass ich direkt zum Anfang erst mal kein Item mitbekommen habe. So, Japaner. Gehen aus dem Weg. Du stehst wieder zwischen mir und Revi. Wie es irgendwie immer irgendjemand tut. Okay. Tschüss. Na tschüss. Das ist immer so eine Sache. Wählt man erst mal seinen Roten und wartet ab und sieht dann nicht, dass hinter... Oh. Mastermind. Das kriegst du wieder. Das kriegt ihr jetzt alle wieder. Ähm. Vielleicht hätte ich jetzt mal gucken sollen wegen einem Stern, ne? Super. Jetzt schenke ich dem das auch noch. Und erst mal Vollbrainer. Ja, Mastermind. Ist ja gut. Das macht sich Piech schon nach so einem Bowser-Run. Run. Run. Ja. Guck mal. Klebt mir voll auf den Pelz. Fühlt mir auf den Panzer eigentlich. So. Ich glaube das war... Nicht gut. Ne, war's wirklich. Entweder ich habe mal Glück mit der Bombe oder ich bombe mich halt selbst weg. Und der Morden, der Revi zieht da voll ab, während ich mir ein Battle mit Mastermind liefere. Ach. Ach. Kommt schon. So. Mastermind. Und tschüss. Ich fragte nur, wie viel... Wie lange, wie Peach heute ein Bowser klebt, ist das ja jetzt so eine Sache, ne? Oh Gott. Was dauern diese Items gerade lange? Ja. So. Die Pilze sind jetzt ein bisschen useless. Vielleicht brauch mal irgendwie was... Was Neues. Und krieg wieder drei Pilze. Ja, wow. Nee, der ist für mich... Okay. Ja, natürlich hast du einen Stern, Mastermind. Oh, Mann! Und Revi zieht da Kilometer weit weg. Denkt sie auch, was für Luschen. Oh. Ja, jetzt habe ich einen Stern, ne? Jetzt, wo ihn keiner mehr braucht. Den kriegt Mastermind auch nicht. Ja. Und das Bild, so wie es natürlich sein soll. Mastermind vor mir. Revi vor mir. Ich habe, glaube ich, gerade wieder Minuspunkte bekommen, ne? Ach, kommt schon! Ich habe doch gleich meine 300 nicht mehr. Erstmal einen Schluck trinken. Das kann ich ja wieder nicht angehen. So, was fahren wir diesmal? Marius Püste, kann ich nur verstehen. Segrad Mastermind hat, glaube ich. Entweder er ist freiwillig gegangen. Oder er hatte ein DC. Und ich habe gerade gesehen, da ist noch jemand vom Blank-Clan. Oh Gott. Ich hätte hier nicht reinjoinen sollen. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Oh. Bobo B. Ja, alles klar. Wahrscheinlich hat ja auch noch jemand in den Stuhl quietscht. Aber es tut mir leid. Der ist schon ein paar Jährchen. Aber immer noch bequem. Okay. Wieder der Flughafen. Aber ich mag den Flughafen eigentlich. Wir bist du und mag ihn ja nicht. Aber der hat da... Der erlebt da echt Sachen. Das ist nicht mehr feierlich. Wobei, einmal ist mir die Sache auch passiert. Das war hier bei der Rampe eben. Dass man da... Wie war das denn? Dass er da, glaube ich, gegen klatscht. Und... Oh, ich glaube, das war gemein, oder? Hat er sich noch ans andere Ufer? Ja, natürlich. Ja, natürlich! Mikasa! Und schon bin ich wieder Sechster. Das war zu schön, in Bad zu sein. Wie gesagt, dass man da irgendwie... ...vor die Rampe gegen klatscht. Warum ist mein Bruder jetzt auf Revi gegangen, während all die anderen dazwischen waren? Wo ist es auch keiner, ne? Und schwupps, sind wir wieder dritter. Aber der dritte, da reicht mir eigentlich nicht. Scheiß Glooper! Ah, geht doch. So, Revi. Ja! Alter, mach die nicht kaputt! Mach die nicht kaputt, sage ich! Lass dich doch wenigstens einmal treffen. Geht doch. Okay, das war gemein. Und ich glaube, ich kriege direkt die Kritschung. Ja, natürlich! Ich glaub das nicht. Revi. Geh weg. Okay. Dieses Mal kam der Blitz einmal passend. Weil ich hätte es schon gesehen, weil ich hätte es schon gesehen, dass mir Revi mindestens einen davon in die Fresse wirft. Ja! Wo kommt ihr denn jetzt schon wieder alle her? Es war eben so schön auf dem dritten. Ich meine, gut, es ist... Zweiter und Erster wäre ja natürlich schöner! Dräng mich doch in die Banane! Oh! Oh! Minuspunkte, hallo! Das krieg ich nicht bei den scheiß Pilzen mit! Ich glaub das nicht! Hm... Näh... Das Rennen ist ja schon wieder... Zum Gott sei Dank ist das! Kann ich denn hier wenigstens noch irgendetwas... Nein, sonst stimmst du nicht bald weg, ne? Ich glaub das wird nichts mehr. Nope! Minuspunkte, hallo! Und was krieg ich jetzt? Minus 6 oder so? Soll ich noch viel schlimmer? Minus 3! Oh! Oh! Ich hab bislang noch kein einziges Mal Fluss gemacht hier. Ach, Mann! Wie viel Zeit haben wir noch? Oder beziehungsweise wie lange haben wir es schon aufgenommen? 12 Minuten. Okay. Möchte der Mastermind wieder joinen oder nicht? Ne, aber da ist Nina schon wieder. Der war ich doch letztens auch in einer Lobby. Hm. So trifft man sich wieder. Aber solange Willi nicht auftaucht, ist alles okay. Masterpark ist auch ganz nett. Sorry, gerade wieder was getrunken. Ich seh schon kommen, wenn's so weitergeht, verliere ich gleich die 300. Und da fährt einer die Kombi vom Willi, nur mit dem roten Yoshi. Ist das auch noch einer vom Blankclan-Orden? Ja, Münzen! Ja, Münzen! Nichts! Huch! Ja. Ich bin jetzt wieder total besoffen und überall gegenfahren. Kein Wunder, dass ich hier heute nicht vorankomme. Okay. Okay. Ach. Ich hab dich trotzdem getroffen. Oh, cool. So, Revi. Diesmal nicht. Nicht mit mir. So, behalte ich die jetzt oder geh ich zum Angriff rüber? Wir probieren's mal. Wahrscheinlich werde ich das gleich bereuen. Ja, natürlich werde ich's bereuen! Wer war das denn schon wieder? Ich hätt's ja einfach behalten sollen. Ich merke, auf dem zweiten drei grüne Balken. Zumindest so lange, bis einer weg ist. Ach, ja. Ja. Natürlich. Sag mal. Wie viele haben hier eigentlich drei rote hinter mir? Oder? Generell rote. Sagen wir's mal so. Gut, wenn sich hier jetzt nicht ganz schnell etwas ändert, ne? Dann krieg ich das Kotzen wegen meinen Punkten. Wario! Na gut, er nehme ich. Er wurde schon von dem Grün eliminiert. Achter. Und letzte Runde. Super. Das kann nicht so bleiben. Wirklich nicht. Ich befürchte es. Bleibt so. Also. Dass ich jetzt nicht mehr ganz so weit nach vorne komme. Weil ja auch hier alle Pilze bekommen. Was war das denn? Ja, super. Wirklich super. Ja, natürlich. Oh Gott. Ne. Wie viele Minuten haben wir? Wie lange muss ich hier noch drin aushalten? Oh. Ein Rennen mindestens noch. Grevi lacht sie sich ins Fäustchen. Denkt sich auch. Ja. Was fährt die da? Ah, Mastermind ist wieder da. Dann muss ich ja doch noch in der Lobby hierbleiben, ne? Das tut mir nicht alles wegen euch. Meine 300 sind weg. Das gefällt mir nicht. So kriege ich irgendwie gerade gar nichts zusammen, habe ich das Gefühl. Ich weiß auch nicht, warum. Wenigstens meine. Wenigstens etwas. Wenn ich schon keine Punkte kriege, kriege ich zumindest meine Strecke. Und Bobo Bee ist auch noch da. So. Neue Strecke. Neues Glück. Bitte Fortuna, sein wir mir jetzt mal heult. Ja. Okay. Ja. Revi! Gestern erzähl ich, oder war das heute? Ne. Gestern war das. Ich werde ständig weggehubt und dann hupst du mich weg. Ja, natürlich. Seid mal. Jetzt ernsthaft. Auf dem neunten und ich werde mit dem roten abgehoben. Knallt. Äh. Das läuft doch hier schon wieder total bescheiden. Und ich glaube, ich bin letzter. Ne? Ja, natürlich bin ich letzter. Wie soll es auch anders sein? So. Mir ein bisschen vorgearbeitet und da war das so wieder. Ich weiß es. Ey, kommt schon. Das kann ich euch... Ja, natürlich. Ja, hallo, Bobo B. Das war meins. Ja, du kriegst natürlich drei rote. Dann mach die zumindest da vorne. Ja, mach Revi platt. Warum machst du Revi nicht platt? Oh, du Hornox. Ich glaub das nicht. Ich glaub das einfach nicht. So. Bobo B. Lass mich. Ich muss mich jetzt nach vorne kämpfen. Da kann ich dich nicht gebrauchen. Und das läuft hier absolut bescheiden. Okay, hätte ich vielleicht die Abkürzung nehmen können, aber... Wusste ich denn, dass ich... Wieso ist Revi jetzt schon wieder da? Oh, Mann, ey. Ja, Revi. Ist gut. Lass mir das doch hier einmal. Lass das mir natürlich nicht, ne? Natürlich nicht. Komm schon. Geh weg. Geh weg. Und Barca meint das Erster. Ja, natürlich. Ach so, du willst meine Feuerboom-Up kriegen, ja? Dann, bitteschön. Ich bin irgendwie gerade gehässig. Ich hoffe, es tut mir leid. Ja, natürlich. Ich nur ein Grün. Und jetzt wohl mir noch zigtausend Betten. Wer ist das? Komm schon, komm schon, komm schon. Glückwunsch, Mastermind. Ich gönne es dir. Während ich Minus kriege, ja, natürlich. Ach, Leute. Okay. Ich würde sagen, ich beende den Part hier schon mal, weil noch ein Rennen passt nicht rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Katar. TAR. Wiedersehen. 까.